Jut, stand. Oh, tage. Hast du das der eine, wo man an der Straße unten auskommt? Ja. Ah, der war schön. Oh, tage. Fan. geil gefroren hier, schön sehr schön das ist schon mal gut geil sehr schön und überall da wo gefroren war richtig geil die zieht mal ab jetzt wieder hinterm ziehen und hinterher schöne büsche die brade ja 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 das decoy hat beim akkuwechsel mal wieder komplett verkackt alle sind schon fertig jetzt schon auf dem weg nach hause und der baut immer noch seinen akku ein hier das ist eine lahme sau du mann mann in tube akkus ja hör mal gehört hier zusammen ja hat die frau dich jetzt abgehangen meine frau hängt mich immer ab boah hör mal jetzt geh mal ganz hoch ebay genau ja respekt den mann abgehangen nicht schlecht ja also mit dem 80er lenker geht ja 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 Oh ja, 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 ja. Ja! Willst du helfen? Ralf, zeig mal, wie es geht. Ich muss mir gerade rüber. Okay. Oh, scheiße! Oh, nee! Es ist egal, wer hier lang ist. Ja! Ja! Oh, schon ein bisschen sketchy. ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. ich hab den Schlitt schon nicht angezogen so, weil wir uns vorher nicht eingesaut haben, haben wir uns jetzt so richtig schön ich bin schon gefahren, du bist gut gefahren, ich bin teilweise wo du die Füße oben hast, hat die Füße und oben bei dem Schlamm die paar kleinen Minigaps, wo ist denn der Rest jetzt? was war los, hat er lang gemacht? da war aber eine glitschige Scheiße, vorhin waren wir noch fast sauber ich hab mir echt Sorgen über deinen Rücken gemacht, du bist so auf der Kante, genau mit dem Rücken so ja, geile Tour heute, bis zum Ende waren wir noch sauber und dann meinte Andreas, wir müssen unbedingt nochmal den Nittert ja verdammt, im Secret Trail fahren ja und jetzt sehen wir alle aus wie Sau, aber war gut, hat Spaß gemacht tschö, schönen Sonntag tschau